längst dann gleich rechts geradeaus ist es irgendwie das längste dann wieder links warte mal warte mal bin jetzt ein tolles haben wir verlaufen ah ok ich bin schon jetzt da jetzt aber wie ich schon vermutet gibt es auch hier nichts besonderes das wird nur schauen dass wir zurückfinde so pass auf wir gehen raus und gleich links die erstmögliche ist gleich links und geht es geradeaus muss man rechts und die nächste wieder rechts geradeaus müssen nach links und ich stehe wieder an oder geht es davor schon davor geht schon alles klar und da geht es wieder raus alles klar gut löst aber unser problem nicht dass uns eine kerze abgeht genau ich wollte eigentlich nur kurz die fensterbrette dann nur durchsuchen da vielleicht irgendwo kerze da drauf liegt da liegt auch nichts da auch nichts wir auch nicht und da geht es wieder in eine labyrinth ok ja brauchen wir dritte kerze das ist die frage womöglich womöglich warte mal nachdem wir ja nur was ist eigentlich was ich mache ok eine vermutung habe ich jetzt noch und zwar nachdem wir ja hier nur zwei bilder haben nämlich das hier und das hier und ja aber wir haben na kann nicht sein weil das eine war ja grün das andere war rot und wir haben nur gelbe und die rote kerze setzen also was ok hmm Genä Jamen hmmhmm Spannend spannend Da ist eher nichts, da verbirgt es uns auch nichts mehr. Gut, können wir ganz kurz einmal Fotos einmal, wie geht das, da einmal ein bisschen verwerfen, was wir nicht mehr brauchen, wir haben ziemlich viel Müll fotografiert. Das können wir jetzt alles einmal entsorgen, das würde ich noch einmal behalten, das kann alles weg, das war der Sarg von der Madison, ah ok, warte einmal, das hat er gespeichert, dann können wir das auch weg machen, da habe ich, ah das war das Rätsel, das war es eh schon. Also wie gesagt, zu dem Bild von, also zu diesem Bild sollten wir wahrscheinlich die rote Kerze hinlegen, zu diesem Bild die grüne Kerze. Problem, wir haben nur, wir haben nur eine gelbe und eine rote Kerze. Das heißt, wir können aktuell theoretisch nur die rote Kerze wo platzieren. Ähm, warte einmal, hat die Nummerierung irgendeinen Sinn, weil da war die 1, wahrscheinlich auch nicht. Und vor allen Dingen, wie gesagt, warte einmal, genau, da geht es zum gelben Labyrinth und da geht es einfach nirgends mehr wo weiter. Ah doch, es geht schon viel weiter, ok. Ja, da geht es wieder zurück, ok. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir das, ob wir da vielleicht noch etwas finden. Da haben wir halt Jahreszahlen in grün, rot und gelb. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat, wenn und einmal, ob sie alles mal fotografieren. Alter! 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 Ah! 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 Wir haben eine blaue Kerze! Holy shit! Ich wollte es ja nur fotografieren! Oh! Oh! Kann ich die nochmal fotografieren? Nö! Wir haben eine blaue Kerze! Wir haben jetzt eine blaue Kerze! Oh! Alter! Huh! Jetzt muss ich es mit den anderen auch nochmal probieren. Ich erschrecke mich einfach immer wieder. Okay, warte einmal. Oh! Oh! Es verändert sich der Standort! Je nachdem, was wir fotografieren. Da! Ah! Das ist... Oh fuck! Wie cool! Ist das bitte? Okay, pass auf. Gehen wir nochmal 1987. So, da sind wir die ganze Zeit sehr rumgegangen. So hat die Kirche 1987 ausgesehen. 2022 war es schon komplett abgefuckt, die Kirchen. Und da ist wahrscheinlich... Was war denn da? Da ist eröffnet worden. Alter Schwede, okay. Da haben wir wieder... Gelbe Labyrinth. Ah, wie... Okay, das ist actually sehr cool. Aber wenn weinen gehört... Ja, guten Tag, Ihre Beichte, bitte. Hello? Excuse me? Me again, my mother-in-law. I did it. I... I finally did it. I... You have to understand. It was like living with a monster. No, he never loved me. He was a liar. He lied to me. He lied to you. He lied to everyone. He was a liar. He lied to himself. He tried to pretend he didn't have the past. Yes, he did. He was a vile, disgusting, despicable piece of garbage. But, you know, he just wanted to marry me, to get away from his crimes. He knew he couldn't stay in Germany. He knew his past was coming to get him. He knew it. He tried to pretend it was all gone. But it wasn't gone. It chased him. It haunted him. It haunted me. Father, you have to understand. He was in charge of a gas chamber. He took so many innocent lives. He destroyed them. I mean, it just, who could do that? There were days I would look into his eyes and I would see a void. Antinous, nothing, looking back at me. He was already dead. Only God knows how many lives he had taken, but not anymore. I made sure he would not hurt another person. I made sure that he suffered. I know God will forgive me for my sins. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. On earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. On earth as it is in heaven. Also, man ist richtig verstanden, aber hat sie ihren Mann getötet. Er ist hier. Er ist hier. Ihr König kommt, Ihr Will wird getan, auf der Erde, wie es in Heaven ist. Unser Vater in Heaven, hallowed be Ihr Name. Ihr König kommt, Ihr Will wird getan, auf der Erde, wie es in Heaven ist. Ihr Mann, genau, der Deutschlandwahl während dem 2. Weltkrieg, was ja gerade eben unter Anführungszeichen geändert ist. Unser Vater in Heaven, hallowed be Ihr König, Ihr Will wird getan, auf der Erde, wie es in Heaven ist. Unser Vater in Heaven, hallowed be Ihr Name. Ah, und da haben wir jetzt die anderen Bilder. Die Farbe des Skies, die Farbe des Seens, die Farbe des Marys' Tears. Unser Vater in Heaven, hallowed be Ihr Name. Lass es blau sein. Unser Vater in Heaven, hallowed be Ihr Name. Unser Vater in Heaven. Unser Vater in Heaven, hallowed be Ihr Steel. Unser Vater in Heaven, hallowed be Ihr Name. Ach, weil es zu commence. Ich heisse es will, taue es in Heaven. Unser Vater in Heaven. Das heißt, wir müssen dann auf jeden Fall noch mal zurück zum Tresor, aber ich will mich jetzt zuerst mal da umschauen. Oder, da hinten schwebt die Kerze, ne? Ähm, ich würde bitte gerne noch einmal, äh, ja. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einmal, hm, hm, was legen wir denn ab? Ah, Kerze, hätte ich gesagt. Nein, ähm, Fotos, man kann sich aber die Fotos ablegen, okay. Das Notizmobil will ich auch ungern. Da haben wir mal den Hammer einfach ablegen. Und vielleicht die Mondkisten. Können wir einmal ablegen. Mach das einmal. Da. Und dann geht's wieder ins Jahr 1951 zurück. So, auch hier gibt es übrigens die Labyrinthe, okay. Da hinten schwebt die Kerze. Jetzt schwebt sie nicht mehr. Und da ist die Kerze. Sie hat aufgehört. Oh, wow, wow, wow. Alter. Meine, meine Hand. Was war das? Oh, keine Ahnung, Alter. Ich muss hier raus, bitte. Ich weiß, dass die Tür da offen ist. Ah, holy shit. Nein, das ist nicht. Okay. Vielen Dank.